Gefurzt! Schnell weg hier! Oh ich muss schon wieder furzen Was sind zwei? Drei? Zwei raus auf der Treppe Zwei raus! Zwei raus! Zwei raus! Kommt vor! Hab ich Meine zwölf Links unten im Wald und rechts oben ein Stück Unten liegt ein bisschen weiter unten Hab ich's Vor dir Vor dir direkt Schön gemacht Soll ich schießen Oder soll ich's lassen? Irgendwer hat mir gerade ins Ohr geschossen Dann bist du eh raus! Ich würd dir ungern ins Gesicht schießen Wenn er mir nur sein nacktes Gesicht zeigt Weißt du, ich hab vorhin schon einen zum Bluten gebracht Mit der Pistole Ja Drei von vier Akzeptabel Schnell Oh oh jetzt ich hab dich doch nicht, kommen sie hin ich hab da QI gesehen echt? aber getroffen hast du es nicht ich bin auf der Suche nach meiner Glock viel Spaß bei der Suche und viel Glück ach so sorry hier an den Tunnel anfordern das Pharreips Tenden Hit 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 HIT